Ich finde sowieso, dass jeder Mann eigentlich die Pflicht hat, sein jeweiliges genetisches Potenzial auszuschöpfen. Es ist klar, dass nicht jeder so fit werden kann wie zum Beispiel der beste Sportler aller Zeiten, Michael Phelps, ich glaube, der hat die meisten Olympia-Goldmedaillen, aber du kannst und solltest eben das für dich mögliche Maximum herausholen. Und naja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du aktuell weit drunter bist und deine physischen Grenzen noch nicht mal ansatzweise ausgetestet hast. Am besten, du fängst einfach an, würde ich sagen. Leg dir ein paar Gewichte zu oder eine Kraftstation, gehe regelmäßig ins Studio, such dir, wenn möglich, einen Trainingspartner, tritt im Idealfall einem Verein bei, nur anfangen musst du eben. Wenn du hier schon ganz gut dabei bist, dann hast du meinen Respekt. Wenn du auf dem Sofa rumlungerst, Chips und Cola in dich reinschaufelst, dann nicht. Okay, lass mich gerne wissen, wie du das Ganze siehst und mach den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest. Ciao, ciao.